Oh nein, 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 ohhhh, was? GG, Top 15, 9 Punkte, neue Landing-Drop-Chat, Top 3 Jungs, Top 3, Top 2, 1v2, mein Mann. Das Dumme ist natürlich, dass wir nicht... Guck mal was wir jetzt machen, die suchen jetzt die, glaub ich. Die haben Zone, das wird gar nichts für Kray, oder? Das wird gar nichts für Kray. Sehr cool, die suchen die, das meine ich nicht, deswegen werden wir das machen können. Oh mein Gott, ja, die werden gedublikeiert. Ey, meinst du, dass Queezy und so danach die Taktik machen? Das wäre doch eigentlich clever, oder nicht? Welche Taktik? Das wäre witzig, ja. Hä, also wenn sie die einfach töten, dann haben sie die ja schon... Die machen einfach dann Heal-Off. Jaja, genau, dann haben sie die ganzen Waffen, plus sie haben den Heal-Off. Hä? Äh, was? Ah. Äh, 20 Teams in Slopey. Dankeschön zwar nicht, Paps. Äh, ich weiß, was du meinst. Ich weiß ja, was du meinst. Ich weiß ja, was du meinst, Paps. Aber... Oh nein. 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 Oh nein, nein, nein nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Er hat zwei Mal gegen gehackt, ein weiteres Mal. Und die werden aufgeflogen. Und dann wer dieses, kennt ihr, dieses werden das dann so, einfach so ein kurzes Standbild und die so schwarz-weiß da alle so sitzen und angucken und dann zu den anderen Team dann wieder so schwarz-weiß angucken und dann so, oh no, oh no, oh no, weißt du, was ich meine? Ah, scheiß drauf, Digga. Das hast du ohne schlecht erklärt. Dann hättest du einfach dieses oh no zuerst gesagt, dann hättest du endlich mal drüber lachen können. Ja, okay. So, was mit Kami, den Polen? Ey, die haben alle drei einen Spaß. Nein, zwei, zwei, zwei. Was? Achso. Das ist schon blind, oder so. Da. Er hat... Hä? Ich dachte, hä? Wie, er hat einen Kill. Der reicht jetzt? Der ist so tot. Er ist safe tot, ja. Oh, shit. Aber das Ding ist, Chad, er hat halt auch Zone gehabt, ne? Akkordat, akkordat. Akkordat. 72 Leute allein. Storm Switch ist halt dran. Oh, Gott, oh, Gott. Das ist so eng, Digga. Das ist so eng. Das ist so eng, Bro. Oh, mein Gott. Oh, wer viele Fische sind denn da? Was? Wo sind die denn alle hergekommen jetzt? Immer noch Surge. Immer noch Surge. Egal. Fine. Komm mit, fine. Bestes FNC ist seit langem, ich schwöre sogar. Zwei Noct? Ja, vorbei. Er hat jetzt keine Fische mehr gleich, Chad. Fässer? Ja, Fässer? Ist das mal noch? Ist das mal noch? Oha. Morgant, bitte? Oha. Die Big Fässer sind aber weg. Ja, was ist das? Das wird so nichts. Aber egal. Acht Punkte, Digga. Acht Punkte? Acht Punkte, Bro. Hier ist eh nix. Fässer? Ne, ich auch nicht. Fässer? Fässer, Fässer. Über eben jetzt. Kommt schon. Ich glaube, da waren keine. Er wird heute noch zweifelig nach dem Deck. Nevermind. Jetzt wird als der Smoving so angezeigt, ich stürbte halt niemand, ne? Gefühlt. Ah, gut. Top 16 nochmal. Das ist der Smoving, ne? Oha. Bitte, ja. Mann, das war's. Schade, Mann. GG. Top 15, neun Punkte. Taysen ist auch down gegangen. Wir haben noch Mr. Savage in Live-Chat. So, direkt rüber zu Mr. Savage. Kami, der Pole. Digga, die lassen sich jetzt hier auch nicht lumpen. Guckt euch das an. Guckt euch das an. Einer ist schon knockt. Mr. Savage hat uns hier unbedingt reinzugehen. Das passiert uns. One-Pump. Strong gemacht. Noch ein bisschen Fleisch. Meat, 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 meat. Hat er nicht gesehen. Was? Was? Ey. Oh mein Gott. Kennt ihr noch mehr? Oh mein Gott. Hätte das Meat gehabt. Ey, wie sich das gerade angehört hat. Ey. das war von von diesen wie heißt das? Ihr wisst, was ich meine. Dieses schnelle Ding. Ihr wisst, was ich meine. Roadrunners. Was? Das ist der Roadrunner. Das ist der Roadrunner. Das ist der Roadrunner. Ganz solle Popeln. Drei Builds. 10 HP. Unter ihm Proletz. Unter ihm Proletz. Das war's. Und das war's. Oh, crazy. Crazy mit dem ersten Big Win, Digga. 6 Kills. 42 Punkte. Chat. Miep, miep. Digga, das war eins zu eins das Gleiche. Hast du gehört? Miep, miep. Da sind die. Da sind die doch. Oh mein Gott. Let's go. Neue Landing-Drop, Chat. Hä, die haben 1000 Strats einfach. Hä, aber dieses Strat bringt halt gar nichts. Hä? Du, du, du unterschätzt den Cray, Bruder. Professor Cray hat, Professor Cray hat eine neue Taktik, Chat. Ich weiß aber nicht, ob Plan B aufgeht. Hä? Also wenn die in Finals kommen, ne? Ey, Jungs, stellt euch mal vor, die haben einfach so einen Ordner, wo sie einfach so Plan A, B, C, D, E haben oder sowas, Digga. Die wollen jetzt hier angeln und Lagerfeuer die ganze Zeit machen. Der hat keine... Ah, er geht dauernd durch den Dino. Die können den Dino nicht hinten. Schau mal vor, die sterben an Dino, Digga. Ich hab mich totgelacht. Ey, jetzt musst du ja diese Fische usen, ne? Nein, nein, nein. Doch, doch, er hat Fische geused da unten. Ey, die sind so clever, Digga. Ey, das ist meine Ausweichroute für morgen dann auch im Trio, Cashgap. Jetzt Mad Kid. Mad Kid, Mad Kid. Warte. Mit dem Lagerfeuer. Warte. Oh mein Gott. Digga. Iyau. Iyau. Wahrscheinlich, oder? Was ist das, Digga? Wahrscheinlich, oder? Warte, ich will ganz kurz gucken, ob... Ja, ja, die sind Moving Zone. Okay, okay, okay. Die sind alle Moving Zone, Chad. Die sind in der Moving Zone. Oh mein Gott. Er hat's gewonnen. Er hat's gewonnen. Die haben's gewonnen. Die haben's gewonnen. Die haben's gewonnen. Das war's. Ja. Seine Karriere, ich bin hier am. Seine Karriere, ich bin da dran, aber. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was? Ja, Angis. Oh mein Gott. Weißt du? Oh, okay, ich späte doch nochmal rausgehen. Oh. Ich glaub, ich glaub, das reicht nicht für ihn. Eine Minute 40. Doch, doch, doch. Believe mit mir, Bro. Du musst mit mir believen. Kann er nicht, kann er nicht, kann er nicht. Das Lagerfeuer. Ja, ja, nur das Lagerfeuer. Dann wird's gehen. Dann hätte er das Mad Kid earlier usen sollen. Ja. Top 3, Jungs. Top 3! Top 2! 1 v 2! Oh. Jerky und Queezy. Jerky und Queezy. Oh, die sind so pisst. Die wissen, dass er das ist. Naja, ist denn das? Die haben ein Mad Kid. Die haben ein Mad Kid. Das heißt, die überleben 10 Sekunden noch. Ich glaub, das schafft er nicht, oder? Naja, das schafft er nicht. Das schafft er nicht. Oh mein Gott, Alter, 2, Digger. Das hilft ihm nicht mehr, aber. Top 2 einfach, Digger. Mein Mann. Top 2 Situation, Chad. Und Queezy und Jerky gewinnen wieder eine Runde. Scheiß drauf, Digger. Aber, ey. Holy shit, Kray wieder mit einer. Hallo, Amar. Gendobre. 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 Okay, Amar, we have here Kurei and his teammates. And if you want to talk with them, you can. Wait, what? How did you get them in a call? Amar, speak, speak, I mean, very short. No, 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 fast. Because Kurei, 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 Kurei and Tim. You know, not good English like me. So, you know. No, we're from Poland. Okay, oh, wait, wait. Okay, Jacob, you have to, you have to translate, okay? Yeah, okay, I can. So, let's talk with them. And I'll try to translate, okay? Okay. Dobrze, k***a. Okay. They understand. Okay, this is what they understand. Of course, yeah. Okay, Kurei, how did you get, like, how did you get on this, like, idea to do this with a flop? And was the second spot on Stronghold, was it a plant or is it something that was just new? Okay, to pytanie, skąd sam pomysł na grę flopperami i czy ten drugi spot był zaplanowany, czy wymyśliłeś go jakby w trakcie i był czymś nowym dla was? No to tak, no pomysł na grę z flopperami zaczął się od czasów Winter Royale'a i jak gdyby trwał do teraz, tak? Cały czas sezon się zmieniał i trzeba było, wiadomo, taktykę modernizować adekwatnie do sezonu. Oh, I understand, that's so easy. Okay, wait, 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 let me, because I know Polish, okay? Wait, this, 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 this tactic he used it or since Winter Royale and the new tactic he did was like just a new concept in, in, in the tournament. No, it was a new concept. That's close, that's close. They were supposed to be grieved on Slurpee and it was their second plan to go on the Stronghold. Yeah, that was so, that was so cringe that they actually grieved them. They were like no names, bro, like really no names. Yeah, that's true. By the way, what do you think about the Anna's behavior after, on Twitter? I didn't see that, tell me what happened. You didn't see it with Anna's... SETI CLASSIC, SETI CLASSIC. Yeah. Wait, what is SETI CLASSIC? It's block, it's mean block, block on Twitter. Yeah, Anna's Twitter. I like that, I like that as well. Okay, thank you, Amar. Do you have any questions? Jacob, you, me and Cray tomorrow through your cash cut. Plop up, plop up. I can die. Oh man. Bis zum nächsten Mal.